willkommen auf meinem kanal ich möchte ja heute hier ein traktor vorstellen das ist universal utb 445 dtc kostet 8500 euro hat eine geschwindigkeit von 27 km 40 liter tankvolumen 45 ps 33 kw man kann ihn einmal kaufen mit frontlade konsole oder ohne koste ich 800 euro aufpreis man kann ihn auch im blau erwerben da kostet sich auch 800 euro aufpreis zurück und ich habe ja schon gekauft hier einmal hier im original oder frontlade konsole man sieht jetzt hier dass der lüfter hier geht hier an der seite hier der riemen geht hier über die lichtmaschine ich denke mal das ist die lichtmaschine der hat auch ich steuerung immer mal in die innenansicht alt links drücken muss ein bisschen überdrehen so alt links geht hier die tür auf geht sehr schnell so und hier hinten das fenster geht auf so dann sieht man hier also hier der dreh also zwei messer und er sollte auch die kriebsschründen zählen aber man kann es ist ein bisschen zu weit weg um das zu sehen wenn wir hier in die auslandsicht wieder rupe und umleuchte schauen dass wir rüberkommen irgendwie weiß jetzt nicht warum kommen wir jetzt rüber jetzt da also ich habe die c steuerung noch an entschuldigung fehler können jeden passieren also die blinker funktionieren hinten vorne seitlich das licht und zieht auch so ist der channel vor vorne licht hinten auch so ist der channel vor vorne kann man separat noch schalten mit 5 dann gehen wir mal gas der abgas strahl der schimmert ganz schön wenn man so rüber geht hier so her sehr kräftig leicht rußig wie man sieht bremslich geht auch aber ein bisschen verzögert nehmen wir hier hinten die zapfelle und die hängerkupplung vorne hat er auch schauen wir mal gleich ob das so funktionieren hier schön die achse hier wie die arbeitet schön wirklich sehr schön gemacht schauen ob hier vorne die hängerkupplung geht ja also funktioniert wie man sieht es kommt hier symbol aber leider also man anhängt verschwindet sie ist nicht mehr zu sehen schauen wir jetzt noch hinten also ist wirklich sehr gut in der beschleunigung 29 kmh sind hier eingetragen sieht man hier geht auch gerade los die 28 kmh was er jetzt da bringt gehen gehen immer mal die innen an sich gleich wieder rein und mach mal hier die türen zu die gehen sehr schnell hinten also man sieht hier drin auch sehr abgenutzt her ist nichts neues ist wunderschön finde ich weil neue fahrzeuge gibt es eigentlich immer jetzt wenn ich die türe zu habe ja es ist ein bisschen besser ist ja aus slovenien hier wenn man sieht hier hinten aufkleber drauf steigen wir mal aus und schauen uns jetzt hier den an mit der frontlader konsole sieht man auch ganz schön hier die schrift hier von dem teil riemen so sind sie eigentlich gleich nur dass da jetzt hier die frontlader konsole hat mehr unterschied gibt es bei denen jetzt eigentlich nicht und halt die farbe die rundumleuchte habe ich die eingeschalten das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau jetzt schalte sie doch noch mal ein ja die rundumleuchte funktioniert ja in der lok hier da habe ich halt wie bis jetzt da eigentlich immer noch das game sitting sonst passt die lok ganz gut ich sage ich servus grüß euch euer franz stockpul "... ... ... ... ...